Heyo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Vor ein paar Tagen hatte ich eine Anleitung gemacht zur PS3-Hen-Installation und ich bin davon ausgegangen, dass wenn man PS2-Spiele spielen möchte, dass man wie bei der ganz normalen Custom-Filme einfach die ISO-Dateien rüberschiebt und gut ist. Allerdings muss man da ein ganz bisschen mehr machen. Ich hatte nachgeschaut, es gibt zwar eine deutsche Anleitung, allerdings ist die sehr misslich für meinen Geschmack. Deswegen würde ich sagen, ich kenne das auf jeden Fall besser und zeige euch jetzt mal, wie das geht. Falls es gerade noch nicht klar wurde, für unser Vorhaben benötigen wir auf jeden Fall eine PS3, entweder mit HEN oder Custom-Firmware. Wenn wir eine Custom-Firmware haben, geht es einfacher. Da müssen wir einfach nur die ISOs rüberschieben und können die von da aus starten. Die PKG-Dateien, die wir mit diesem Tool hier, was wir dann herunterladen müssen, erstellen, die werden dann selbstverständlich auch funktionieren. Man könnte vielleicht mal schauen, je nachdem, was man vorhat zu spielen in dieser Kompatibilitätsliste. Da steht so einiges drin und noch mehr und vieles und bla bla bla. Einfach mal STRG F eingeben und was wollen wir jetzt zum Beispiel haben? Splinter Cell Double Agent. Das wär's du. Hier steht jetzt dabei Minor Issues, Minor Graphical Glitches, bla bla bla. Ja, also ich habe es selber auch ausprobiert. Das funktioniert eigentlich wohl. Das Spiel können wir nehmen und hier die Mitte bedeutet, dass irgendjemand aus der Region NTSC-U, also aus der USA, das getestet hat. Eigentlich könnte ich die mal anschreiben und sagen, ja, europäische Version ist eigentlich in Ordnung, läuft wohl. Deswegen spart man sich dann hier eventuelle Arbeit, wenn man schon weiß, ja okay, das ist ein Unplayable, wie zum Beispiel, warum sollte man Action Replay spielen? Ja, ist auch ganz egal. Wir laden uns also das Teil hier runter und entpacken diesen Inhalt hier am besten auf einen Ordner auf der Festplatte. Ich arbeite üblicherweise ständig auf meinem NAS, allerdings funktioniert das Programm dort nicht, weil er dann immer sagt, dass der Speicher voll wäre. Hier drin öffnen wir dann das PS2 Classics GUI, Graphical User Interface, hat sie hier nun geöffnet. Und als erstes müssen wir hingehen auf Encrypt und öffnen dann eine ISO-Datei. Ich habe es schon hier mit einem Prototypen von Double Agent ausprobiert, habe ich schön geschrieben, ich weiß. Machen wir mal hier, das ist die originale Version. Das Ganze lassen wir erstmal so und gehen auf Encrypt, bestätigen hier mit Ja und lassen den Kladderer Dutch hier einmal durchlaufen. Es ist übrigens später möglich für die PKG-Datei für das Spiel Bilder zu hinterlegen, kennt man ja von der Playstation ganz normal. Deswegen habe ich jetzt gerade einmal das Bild hier genommen und dieses hier von Wikipedia. Einfach mal ausprobieren, ob es klappt. Und dann bist du auch schon fertig. Diese Datei können wir dann einfach dort speichern, allerdings müssen wir diese umbenennen in iso.bin.enc, ansonsten gibt es später eine Fehlermeldung. Dann sagt er einmal Finished und wir wechseln zu Make PKG. In diesem Reiter ist es möglich, die Bilder zu hinterlegen. Einmal hier der Hintergrund, da machen wir einen Doppelklick drauf, wechseln zum Download, das dürftest du sein. Hier das kleine Bildchen und das hier unten, das war vorher, dachte ich eigentlich ein Text, da kann aber auch ein Bild hinterlegt werden. Wenn man da einen Rechtsklick drauf macht, das sieht man jetzt kurioserweise nicht, weil ich zwei Bildschirme habe, sehe ich am ganz rechten Rand des Bildschirms removepick0.png und das tue ich jetzt einmal. Dann haben wir da nämlich gar nichts mehr stehen. Anschließend klicken wir Make PKG an, wechseln wieder zu diesem Ordner, wählen die iso.bin.enc aus, gehen auf Öffnen, danach auf Abbrechen und lassen das Ganze durchlaufen. Das dauert jetzt 5 Minuten, lasst ihn einfach machen, nicht wild in der Gegend rumklicken, holt euch eben eine Cola oder sowas. Und wenn er dann fertig ist, steht hier noch einmal Finish, da klickt man dann auf OK und hier haben wir dann den Ausgangspfad, wo sich die Datei befindet. Das heißt, die Datei kopieren wir dann einfach von dort raus auf unseren USB-Stick. Ach ja, und noch ein weiterer Tipp. Wenn diese Datei größer ist als 4,0 GB, dann funktioniert das nicht, sie auf einen USB-Stick der FAT32 formatiert zu kopieren. Das heißt, diese Datei müsste man dann per FTP auf die Playstation kopieren. Habe ich ja auch in der Anleitung gezeigt zur Hand-Installation, deswegen dann da einmal nachschauen. Es gibt auch die Möglichkeit, irgendwie noch ein Add-on oder so zu installieren, das die Playstation-X-FAT und MTFS-Datenträger akzeptiert. Damit habe ich mich aber noch nicht befasst. Ist der Kopiervorgang dann abgeschlossen, müssen wir den USB-Stick auswerfen, packen den in die Playstation, fahren die Playstation hoch, aktivieren den Hand. Muss ich jetzt dreimal machen, bis Hand dann aktiver, also nicht wundern, das passiert schon mal. Und dann können wir die PKG-Datei installieren, das sind jetzt etwa 3 GB, also locker mal 10 Minuten. Wissen wir ja noch, das hat immer richtig, richtig lange gedauert. Ist die Installation fertig, können wir dann zurückgehen und dann sehen wir hier Splinter Cell Double Agent mit den beiden Bildern, die ich hinterlegt habe. Und dann können wir das Ding starten und dann können wir natürlich auch ganz normal spielen. Was mir aufgefallen ist, ich habe es auch auf der PS2 gespielt, teilweise sind die PS2-Spiele echt nicht ganz so performant. Also das liegt nicht unbedingt immer hier am Emulator. Das Problem ist eigentlich nur, manche Spiele, die werden hier ja nicht unterstützt. Das liegt einfach daran, dass man wirklich Original-Hardware braucht. Und auch der Software-Emulator emuliert dann eben die ein oder andere schlechte Performance des Originalspiels mit. Das ist dann einfach so und das sind, weiß ich nicht, 480p oder sowas hier. Oder teilweise sogar 480i und Dithering wird verwendet. Und eigentlich kann man es besser am PC auf dem Emulator spielen. Aber ich habe das ja auch schon bei der PS4 gemacht, dass ich PS2-Spiele dort emuliert gespielt habe, weil es einfach irgendwie cool war, weißt du. Ich hatte da mal eine kleine Kiste, konnte da dann das Ding anstellen, spielen und bei der PS4 war es dann auch teilweise Upscalen bis Full-HD oder sowas gewesen. Sah dann dementsprechend natürlich noch ein Stück besser aus als jetzt hier, als kleine Spielekiste oder sowas. Ne, eine PS3 kostet jetzt nicht mehr die Wert. Obwohl, ich habe wirklich festgestellt, die letzten Tage so ab 50, 40 Euro gehen die tatsächlich schon los. Aber ich habe die halt immer nur gekauft, auch vor 2, 3, 4 Jahren. Für 30 Euro mit 2 Kontrollern, 2 Spielen oder wahrscheinlich sogar 3 Spielen, 1 im Laufwerk vergessen. Einen Controller musste ich dann sauber machen oder sowas. Aber, ne, ich würde auf gar keinen Fall 50 Euro für bezahlen. So 20 Euro oder so, das ist vielleicht okay, 30 Euro mit einem Controller. Aber, ne, die Teile müssen meistens sauber gemacht werden, brauchen irgendwann eine neue Festplatte. Das muss sich natürlich auch irgendwie lohnen und HDMI-Kabel oder sowas, ja gut, wenn das mal dabei ist. Oder die Originalverpackung ist natürlich auch cool. Aber die Teile, die dürfen nicht so teuer sein, ne. Ja, gesetzt den Fall, es hat jetzt bei euch nicht geklappt, der sagt irgendwie Lizenz oder Kopierfehler oder sowas. Ich hatte ja vorhin das Apollo Save Tool einmal angesprochen. Oh, das klappte nicht, sorry. Einmal HAN aktivieren. Wenn man das PS2-Spiel verlässt, dann muss man HAN erneut aktivieren, wollte ich damit einmal gesagt haben. Deswegen habe ich es drin gelassen, so, genau. Dann öffnen wir das Apollo Save Tool und gehen dann zu User Tools. Anschließend kann man da dann die erste Option anwählen, nennt sich, glaube ich, Activate PS3 oder Activate User Account oder sowas. Das führt man dann einmal aus, indem man auf X drückt. Ich habe es schon einmal gemacht, ich mache es jetzt noch kein zweites Mal. Ich weiß nicht, was dann passiert. Und, ähm, ja, das muss man nicht machen, wenn diese Konsole schon mal online war, beziehungsweise, wenn da schon mal ein Account hinterlegt wurde. Hier steht jetzt an der Stelle nämlich anmelden. Und wenn der Account noch nicht aktiviert wurde, dann muss man sich, glaube ich, registrieren, ne. Und wenn man sich nicht registriert hat, funktionieren solche PKG-Dateien nicht, weil PKG-Dateien eigentlich aus dem Store heruntergeladene Sachen sind. Da braucht man auch manchmal Lizenzen für. Habe ich mich noch nie mit befasst, weil ich immer nur Disk-Spiele kopiert habe und da braucht man keine Lizenz und, ja, ne. Ach ja, noch ein Tipp, wenn man das so nennen kann. Es ist des Öfteren so gewesen, glaube ich, fünf, sechs, sieben Mal ist das passiert, dass ich irgendein Programm installiert habe, das dann öffnen wollte oder ein Programm installiert habe und das anschließend nicht geöffnet habe, sondern anderes, dass die Konsole mir beim Öffnen komplett abgeschmiert ist, dass ich sie nicht mal ausschalten konnte. Ich musste das Kabel ziehen und dann sah es so aus wie hier, dass er mich aufgefordert hat, weil er nicht starten konnte, ein Update quasi zu installieren. Und das habe ich dann auch gemacht. Das ging dann auch wieder alles. Meine Daten waren noch da. Ich musste allerdings dann mehrfach auch den HAN neu installieren. Und da hat es jetzt bei mir geholfen scheinbar, dass ich einfach die hybride Firmware, die ich auch bei dem Update, weil der USB-Stick immer noch drin gesteckt hat und ich hoffe nicht, dass es an dir gelegen hat, dass du drin steckt hast, weil ich habe darüber ja kurz vorher was installiert. Nein, bei der Custom-Firmware war das nie ein Problem gewesen. Konntest du alles anschließen. Jedenfalls habe ich diese Hybrid-Firmware dann im normalen Betriebssystem ein weiteres Mal installiert, so wie ich es auch schon das allererste Mal getan habe. Ich habe ein paar Kommentare gesehen, dass sie gesagt haben, dass sie die Hybrid-Firmware nicht hier installieren konnten, sondern nur im Service-Menü. Darüber geht es auch, aber das hat mich echt gewundert. So instabil war nicht mal der J-Rag auf der PS4. Und ich glaube, da gab es mal eine Version, ich glaube Version 6.5 oder so oder Firma Version 6.5. Das war richtig, also ne, da hast du teilweise den HAN nicht ordentlich starten können. Das war richtig grässlich. Aber ja, mittlerweile gibt es da eine bessere Lösung. Da habe ich auch ein Video zu verlinkt, hoffentlich zur J-Rag-Anleitung bei der PS4. Wenn ihr noch eine PS4 habt mit einer passenden Firmware. Ich habe noch zwei PS4s hier, die es können oder sogar drei, weiß ich gerade nicht im Kopf. Ich hoffe, ich konnte damit auf jeden Fall helfen. Ich finde es sehr komisch, dass wir hier erst PKG-Dateien erstellen müssen und das müssen wir tatsächlich für jedes Spiel einzeln tun. Also ist vielleicht ein bisschen komfortabler, wenn wir dann da die PKG-Datei mit dem Spiel drin haben. Aber ich denke mir, oder ja, es ist mir nicht egal, wie man es macht. Aber wenn ich jetzt da alles voll habe mit Spielen, ja gut, da könnte ich vielleicht ein paar Ordner dafür erstellen. Aber ich habe doch extra Multiman und da werden die PS3-Spiele, PS2-Spiele sogar erkannt. Aber man kann sie später nicht starten, weil die Konsole mir dann sagt, dass PS2-Spiele hier nicht ausgeführt werden können. Ach ja, stimmt, wieder vergessen den HAN zu starten. Ja, also ich bin kein großer Freund mehr von HAN Homebrew Enabler, weil ich war hier ziemlich instabil. Vielleicht ist es jetzt besser geworden, aber wenn man nur eine Playstation hat, was willst du machen? Aber andererseits, die Konsolen, die sind, wenn man ein bisschen wartet, kriegt man da wohl eine für 30 Euro, sei ich dir ganz ehrlich. Ja gut, dann haben wir das auch. Hätte man ja mal dazu schreiben können, aber das werde ich auch machen bei dem Anleitungsvideo jetzt. Da werde ich das Video jetzt auch mit verlinken, dass man mit einem Homebrew Enabler nicht mal ebenso einfach PS2-Spiele starten kann. Ich frage mich, woran das liegt. Ich kann mir nur vorstellen, dass so eine Custom-Firmware etwas tiefer in die Hardware, in das System eingreifen kann, als jetzt bei der hybriden Firmware. Da müsste man ja immer so ein PKG-Emulator-Zeug schreiben oder so, aber geht wahrscheinlich nicht, sonst hätte man es wohl gemacht. Den Homebrew Enabler, den gibt es ja eigentlich schon lange, oder? Also mindestens zwei, drei, vier Jahre. Ja gut, dann hoffe ich auf jeden Fall, hat es Spaß gemacht beim Zuschauen, dass ich euch helfen konnte eventuell. Wenn es Fragen gibt, lasst es mich wissen, aber eigentlich habe ich alles erzählt und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dahin, ciao, ciao!